So kommen wir da durch. Los geht's. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Ihr legt alles in Trümmern. Ein Kopfgeldjäger. Die Haxi am Brot hat uns gefunden. Versuch doch nichts zu fangen! Komm runter! Ach, das ist nichts! Das hat bestimmt wehgetan! Hm, fang mich doch! Ach, echt schnell! BD, hier! Das wird schmerzhaft. Höh, abgedreift. Mist ist nur nicht. Katschel schnell, was? Oh, das war toll. Ich bin Cage Vendor. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kel, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kel. Kel, nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Garaus macht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kel, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Bist nicht der Einzige, der noch Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas Hübsches. Er gehörte also zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvor zu kommen. Na gut. Ich überleg's mir. Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Toller Fund. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Deggans Zuflucht finden. Wir müssen die suchen. Was ist das? Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist. Und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt! Genauso sehr gut, Padawan. Ihr war also nicht danach, mir da gerade zu helfen? Ohne Bezahlung? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, Kumpel? 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 Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Was ist das, Kumpel? 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 Was ist das, Kumpel?